Ich hab dich gerade nur ein Bier geholt. Ja! Ey, warte mal, ey. Willst du jetzt sagen, hey, willkommen bei Jack Nespaß, ist da Flammenerfahrt? Ey, die Dätowierungen... Ist die gerade gekommen? Ne, die... Ne, ist jetzt reingebrannt, da sind auch Flammen drauf. Dein Rücken stinkt das schon. Ja, eben. Das ist schon besser so. Ein Haar auch mal anders. Ja, ich, ich war da. Und ich mach jetzt gleich auch noch mal einen Full-Clip auf ihn. Aua! Mach! Von vorne. Ne, Tau, sag. Ne, Tau, sag. Ne, Tau, sag. Ich hab da unten... Der ist richtig rum? ...und ich zu zählen. Ich hab da unten... Ja, das ist ja egal. Stefan Rapp auch. Ich kann doch die Korken nehmen. Ne Korken. Ne Korken. Warte, wir spielen Mo! Was? Jetzt halt den Kopf still. Ich kann doch auch auf den Korken legen. Ja, doch. Auf den Korken. Warte. Ich spiel Mo. Hey, wo ist denn jetzt gekommen? Ach so. Ach so. Schrei Nummer 0. Ey. Wie hast du den Schlüssel dringegackt? Du solltest den Kopf so weit gelegen. Außerdem ist er schlecht tätowiert. Das ist doch nicht mehr schlecht, aber... Komm Mo. Ey, deine Ohren, die wackeln. Schau auf, rumzuhauen. Ich bin gerade auf... Ohrchen. Komm mal kurz. Schau auf, mich zu hauen, Mann. Ich wacke nur mit deinen Ohren rum. Und du haust mich. Wer bist denn das nicht? Hör auf jetzt. Mach dich jetzt geil. Ja, das wollte ich nicht. Mach dich jetzt geil. Kannst du dadurch auch rauchen? Versuch mal dadurch zu rauchen. Durch die Nase. Versuchst du sein. die Kippe die ist was ihm gefallen. Möchtest du Feuer haben? Adrian! Adrian bringt Feuer! Adrian, er braucht Feuer! Und das schmeckt der eigentlich. Ah, lass gehen, den setzt sich auch jetzt mal hin. Wir sind doch Kumpel, oder? Wir singen Chaos Bier und Anarchie Möhn, Möhn, Möhn! Hast du dir heute drüber nachgedacht? Lass dich dieses Deutlein kaputt machen. Guck mal, er lutscht. Lutschen kann er, he? Lass mal einen anderen an seinem Schwanz lutschen. Obwohl, die ihn das eben schon im Gesicht haben. Rebub, das fängt einfach aus. Ja, fällts an wieder raus. Feuer, Adrian! Feuer! Adrian! Adrian, er braucht Feuer! Er braucht Feuer hier! Er verreckt gerade! Ohohohoho! Mach da aber! Einmal Haarspraydose! Geodose! Nein! Er braucht Feuer! Nein! Nein! Ausstrich! Guck mal, was dein Runden an ist! Mann! Mann, der hat noch eine Brust, aber zu! Ne, er braucht ja Feuer! Er will, wenn die meine Kippe abschicken! Ah, da gibt er gerne Feuer! Einmal! Gib ihm aber ne größere Kippe! Ey, dreht wer, Löckchen, mal ne Kippe! Ja, genau! Kann alle mal, möchtest du ne Kippe nehmen? Ja! Ey, Löckchen, du kriegst jetzt ne neue Kippe gedreht! 1, 2, 3, gehe ich vorbei, ja! Hallo, er braucht ne Kippe! Ja, er hat doch nen Stummel! Ja, den Stummel, oder was? Ja, ich schaue... Ja, ich kipp dir gerne Feuer so, das kommt doch nicht! Ey, dreht wer jetzt Blöckchen ne Kippe! Hau ab! Mach mal! Mach mal! Schmeckt das nicht? So gemeinst du dir? Ich weiß! Das Haar Nippel! Hau ab! Wollen wir eben nicht mal nen Iro machen? Ja, ich bin gerade dabei, ein Iro zu, ich hab dir schon mal die Haare gefärbt! Jetzt styl ich dich! Jetzt schau auf zum Boxen, ich will nicht stylen! Ich will nicht stylen! Ich bin schon mal ein Kippe! Ich bin schon mal ein Kippe! Baby Bon! Baby Bon! Baby Bon! Baby Bon! Baby Bon! Komm! Seine Mutter war meine Gesichtspielerin. Und ganz einfach. Du Arschlöcker! Du Arschlöcker! Du Arschlöcker! Hat er eine Kippe für Löckchen? Nur den Schnuller, du Arschlöcker! Aaaaaaah! Er will sich... Boah, er ist süß. Ich muss schon mal rum. Was? Er lag auf dem Boden. Boah, ja. Ich glaube, er liegt da noch rum. Ey, man kann immer eine Drehung. Ich hätte gerne nur ein Verleuchten Drehung am Start filmen. Dann liegt Andi Strong. Nein, wo ist noch Adi? Keine Ahnung. Ach, da vorne. Ey, Adi! Was würdest du am liebsten mit Milka machen? Nicht am Hals. Was würdest du am liebsten mit Milka machen? Was würdest du am liebsten mit Milka machen? Boah, hast du jetzt grüne Haare? Ey. Ey, das leuchtet richtig. Ey, das leuchtet richtig. Ich war in Ukraine weiß Farbe, ne? Boah, komm, halt. Du willst dich ja auf uns hauen. Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Ja, ne. Eine Folge näher. Ja, jetzt schwirr mich nicht mit grün. Ah, ne. Nicht mit dem grün. Ey, Terbo, ich stehe da zu. Ey, ich hab da Schuppi verloren. Mein Schuppi. Mein Schuppi. Mein Schuppi. Mein Schuppi. Mein Schuppi.